Das nächste, was ich gerne spielen würde, ist eine traditionelle Improvisation aus dem Iran. Ich habe hier einen Kamansche mitgebracht, das ist altpersisch, bedeutet so viel wie kleiner Bogen. Also hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es eines der ersten Streichinstrumente war, die da aufgetaucht sind. Genau, ist im ganzen Nahen Osten weit verbreitet mit ganz verschiedenen Namen und immer ähnlichen Formen mit so einer Kugel, die vorne mit hautbespannt ist. Musik 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 Musik